Hackenschützen Das müssen wir mit Max machen, wenn ich mich nicht täusche, ne? Also es steht in der ersten Zeile vom Day-to-Day-Guide drin Ob da Using Max oder Using Andy drin steht Ob ich soweit weiß, müssen wir die mit Max machen Wo steht das mit drin? Direkt am Anfang vom Day-to-Day-Guide müsste drin stehen Using Max oder Using Andy Bei der Mission Wir sind jetzt bei M5, ne? M5 Das müsste eigentlich mit Max gemacht werden, wenn ich mich nicht täusche Hier steht aber nicht Using Max oder Using Andy Moment, ich halte mal Soll ich selber kurz schauen? Dann halte ich mal schnell die Aufnahme an Nee, warte Ansonsten schau ins Briefing rein, da wird es normalerweise immer gesagt Mit welchem ich komme Ich gucke gerade nicht Ist doch aus Am 5 Ansonsten schau es nicht Ansonsten schau es nicht Nee, mir steht gar nichts. Moment. Von wegen Max oder Andy. Ich halte mal ganz kurz die Aufnahme an. So, da sind wir wieder. Wir haben nicht gefunden, welchen Co wir benutzen sollen, aber ich weiß ziemlich sicher, dass es hier Max war. Also benutze ich hier einfach Max und Max ist die sinnvollste Wahl gegen Grid. So, Day 1. Move your rocket launcher southeast along the road. Hammer. Attack the infantry with your mid tank from the south. Das Hammer auch. Äh, load your mech into your APC and transport copter and move your APC one east by south. Drop your mech south. Yep. And move your transport copter south. And drop your mech south. Ganz south oder nur ein bisschen south? Move your transport copter south and drop the mech south. Okay. Okay, ich weiß warum. Äh, ja. Ähm. So. Move your south infantry south. South infantry south. South infantry aber nur south, oder? Move your south infantry south. Okay. Your tank... Yep. You tanked two south from east. Yep. Your recon... Warte. Yep. Your recon east of your transporter copter. Transporter copter? Yep. Und attack the tank with your copter from the north. So, machen wir was mit den restlichen Infantrieren mit der Artillerie. Okay, mit denen einfach gar nix machen. Yep. Okay. Dann machen wir nix mit denen. Wir haben es nicht verdient, mitgenommen zu werden. Okay. Day two. Attack the rocket launcher with your neck and recon. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das von hier und von der anderen Seite gedacht ist. Jetzt geht's mal davon aus, dass das von hier. Okay. The tank with your rocket launcher. Uh. Max, who separates was? Haha. The anti-air with your rocket launcher with your rocket launcher. The tank with your rocket launcher. Das ist ein Tank, oder? Moment, ja. Tank. Ja. And the artillery with your mid-tank from the east. Ich sehe keine Artillery. Okay, der hat wieder... Hier steht... Warte, warte, warte. And the artillery with your mid-tank from the east. Move your APC East. Moment mal, APC East. Den haben wir noch. Den haben wir noch. Warte, your copter... Your copter for south. Ah, ich glaube, da liegt das Problem. Mein Copter ist schon tot. Also zumindest der B-Copter. Oder ist es der... Oder ist der T-Copter jetzt gemeint? Moment. Äh... Was ist mit der T-Copter zu tun? Was soll das? Oh, hey. Wo waren wir jetzt? Warte, wo waren wir jetzt? Warte, wo waren wir jetzt? Warte, wo waren wir jetzt? Beim APC. APC East, your copter from me. Your copter for south. Auf. And load your infantry into the transportcopter. Load the infantry into your personal transportcopter. Ja, das haben wir. Und mit dem transportcopter, wohin sollen wir dann noch? And move it on one south five east. Ja, Dark 3. Was war's? Ab hier improvisier ich... Improvisieren wir halt wieder. Ich weiß... Ich mein zwar zu wissen, wo die Art hier steht, aber gut. Okay. Ab hier einfach improvisieren. Ach... Machen wir's, wenn dann schon richtig. Ah, da ist die. Ja... Ja, das ist halt der Knickchenpump in der Sache. Der Copter ist kaputt gegangen. Ja... Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich geb ihm jetzt einfach genug Kanonenfutter vor die Nase, sodass er sich... ...schön aussuchen kann, was er jetzt angreifen will. Ja... D Max ist schon leicht übertrieben in diesem Spiel. Oha, der könnte mir das jetzt sogar noch versauen. Mach da auch. Na gut, ich glaube, das müssen wir nochmal von vorne machen. Also. Nochmal von vorne. Nochmal das ganze Script von vorne. Einfach nochmal. Also mit dem Rocket Launcher fängt es an. Okay, ganz ruhig. Rocket Launcher south-east along the road. Attack the infantry with your mid-bang from the south. So weit haben wir das auch noch. Load your mechs into your APC and transportcopter and move your APC on the east 5 south. Genau, warte mal. One east 5 south and dropping mechs south, hm? Warte. Nicht so schnell, warte. One east 5 south and dropping mechs south. Genau. Lange of my English is scheiße. Move your transportcopter south and dropping mechs south. Move your south infantry south. your tank with your left. my use to your flag from south. Do you remember moving from north to south? Be sure. ich habe geworfen so gut ja genau entzündet englisch für europa end attack the tank with your cop from the north mit sich von dem aus from the law Na gut, ich bewege die jetzt hier einfach mal mit, für den Fall, dass ich die mal wieder als Kanonfutter brauche. Copter is still alive! Yay, the copter is still alive! Okay, Day 2! The rocket launcher attacks the rocket launcher with your mech and beacon! The tank with your rocket launcher! Moment, Moment, ich bin noch beim rocket launcher. Tank with rocket launcher, soweit haben wir das noch. Mhm. The anti-air with your tanks from the west. Jetzt macht das auch Sinn. Weil jetzt sehen wir die Artillerie. Oh mein Gott, das Schrift funktioniert mal. He 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 he. Äh, warte mal. And the artillery with your mid-tank from the east. From the east. From the east. 125% Schaden. Äh, fuck. Von der brech war das. Egal. Hm. So. Warte, nee, warte. Ach ja, stimmt. War schon richtig. Mhm. The tank from the east. Move your... APC east. APC east. Your copter for south. Wie viel south? Äh, warte. Four. Warte mal. Four south, ja. Four. Fuck, hier, hier. Genau. Fast. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt haben wir's. Äh, und load your infantry into the transport copter and move it one south five feet. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei. Äh, und das war's dann? Yep. Okay. Mein Gott, er macht ernst. Okay. Jupp. Sonst noch irgendwas? Äh. 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 Warte. Infantry on end. Warte, copter. Hä? Ach, da. Move your APC east. Ich hab keinen APC mehr. Der wurde mir kaputt geschossen. Okay, dann ist das schon mal wieder. Äh. Bist du wirklich noch am Tag? Sonst noch was. Das ist... Das ist... Was ist das? Hm. Ist das nicht mehr? Ich seh zumindest keinen. Muss ich mir mit dem Kopf... Warte, ich gucke. Ich gucke, ich gucke da. Move your transport copter east and drop them from the hammer. And move your APC east. APC existiert nicht mehr. Attack the anti-air with your mid-tanks from the east. From the west. And move your APC east. Es gibt keine Anti-Air. Moment. Es gibt schon eine Anti-Air. Ich habe sie gerade gefunden. Ja, kann daran liegen, dass du keinen Hals-Kopter hast und die deswegen nicht siehst. Ich habe die Anti-Air gerade gefunden. And move your Copter north for your APC. Ja gut, APC ist ja jetzt nicht mehr da. Before, begin capturing. Ja, jetzt kommt gleich eigentlich nur der Capturing-Part. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich den Medium-Tank trotzdem da soweit distracten kann. Max-Nahkampfeinheiten machen einfach mal fast doppelt so viele Schaden wie die vom Grid. Weil die Nahkampfeinheiten von Max sind auf 150%, die von Grid bei 80%. Er hat mir die Infanterie schon wieder kaputt geschossen. Okay. Ja, warum ist dein Kopf nicht? Warum ist dein Kopf da eigentlich nicht da gelandet, dass der auf... Weißt du was, ähm, ich mache das jetzt auf meine eigene Art. Okay, und ich bin mal kurz... Ja, ich improvisiere jetzt einmal mal durchgehend. Ich weiß ja ungefähr, wo seine Einheiten jetzt stehen. Ich mache das Ganze auf etwas sicherere Nummer. Das Ganze in der Kampfanimation können wir da auch mal durchskippen. Ja, ich habe das Ganze in der Kampf. Ja, ich muss ja... Ja, ich möchte das Ganze in der Kampf mitgebenehmen. Ja, ich muss ja... So weit noch nach Oh, das war jetzt falsch. Ah, gut. Alles noch, kein Problem. Ich mach das jetzt lediglich so, dass es nur einen Tag länger dauert. Den da rebe ich mir mal noch auf. Merke, Artie funktioniert genauso gut als Decoy wie ein Copter. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich spiele gerade ein bisschen Kamikaze, aber ich glaube dafür habe ich das ganze Match auch ziemlich in der Tasche Okay 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 So Ja, ich schlapp auch Ich habe festgestellt, dass eine Artillerie als Decoy fast genauso gut funktioniert wie ein APC Ja Wie so kompliziert, wenn es auch einfach geht Auch wenn wir dafür nur einen A-Rang bekommen Weil ich halt die Nummer sicher gewählt habe Okay 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 Okay